Dennis, deine Aktion! Kommt da was? Da kommt nichts. Das heißt, und hier mein Herz, willkommen auf YouTube wieder bei uns. Mein Name ist ZuckerTracks und willkommen zu meinem neuen League of Legends Live Commentary. Ja, ihr habt gehört, der Dennis ist auch wieder am Start. Der macht ein paar wunderschöne Geräusche im Hintergrund. Hallo, das ist der Marcel. Also, wir haben natürlich wieder weiblichen Besuch am Start. Chris. Ich wollte jetzt eigentlich eine Anspielung auf Chris machen, Mann. Ich hab gesagt, Chris, Mann! Wir haben dir aber den Wind aus den Segeln genommen, ey. Meine Güte. Ja, ja. Ja, Marc, was kommt da jetzt? Nix. War verdammt lustig. Da kam jetzt wenig. Ähm. Ja, wir machen ein ganz normales Normal-Game mit... Wir haben mit normalen... Ne, wir haben andere Pickregeln gemacht, gell? Also... Ja. Mit Auswahl. Äh, ja. Ja. Ich muss schon sagen, dieser Weiskin ist äußerst hässlich. Das ist ja gar nicht. Das ist so geil. Mann. Nein, der ist echt äußerst hässlich. Ich hab ein Geschenk bekommen vor kurzem. Echt hässlich. So, ich muss meinen Abonnenten noch kurz sagen, was hier jetzt... Du redest so ein bisschen wie Robert Geiss, weißt du? ... vor kurzem und so. Du schließt das auch so scharf aus. Das finden wir alle wunderbar. Wunderbar. Los geht das. Okay. Ähm. Ja, dann sag ich halt nichts zu diesem Video. Dann genießt es einfach. Lehnt euch zu... Nein, nein, nein. Ich seh das jetzt gar nicht mehr ein. Ich hab mir übrigens deinen letzten Scheiß-Aufnahme mit mir angeguckt, ne? Und da hast du rumgemeckert, dass ich deinen Waff nicht mitgezogen hab, ne? Du hast gesagt, ich soll was für die Kamera zeigen. Ich hab getanzt und das war nicht mal auf dem Band. Ja. Siehste mal. Ich habe getanzt. Juhu. Verdammte Axt. Wie, ich hab ne Karma? Ich hab ne Lux. Alter, wir haben den Leas-Hit-Support. Wir haben den Leas-Hit-Support. Wtf? Al, deswegen hat die doch geschrieben, wir sollen den reporten. Sag mal, liest ihr eigentlich auch mal was? Das ist nicht meine echte Mama. Ich kann nicht lesen. Das ist nicht meine echte Mama, du kannst mir nichts sagen. Ich hab nen Grafik-Bug. Warum? Auch diese blauen Umstattungen? Nee, diese Vierecke, wenn die Minions schließen. Hätte doch mal einen von denen. Vielleicht hören die dann auf? Ja, vielleicht hören sie dann auf, wenn sie die haus... Also, hier sind dieses Videos ist leider noch nicht geklärt. Also, er ist... Ja. Ja. Das ist so ein Live-Commentary, glaub ich. Hallo! Geil! Wer ist mein Supporter eigentlich? Ich... 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 what the fuck nein, ich bin so tot doch nicht du kannst doch nicht in meinem video wildfremde Leute küssen, Chris nein starker Gang auf der bot wäre der Gang supergeil gerade jungler ist in der mitte der ist nämlich sowas wenn ich Level 2 hätte, hätte man wenn ich Level 2 hätte ich guck gerade so auf mein Level nach dem nächsten Camp Level 4 ok, er ist unsichtbar oh mein Gott, ich seh jetzt schon das Video wird spektakulär alle Allzeitquoten schlafen ja, bis an die Decke gehen die never ever hab ne, ne doch nicht ah, ah, rauch im Auge ich bin auf dem Weg auf die Bordschlade der spricht auf die Mauer ja wie denn mit Fähigkeiten wer hat dir denn bitteschön erlaubt in meinen Videos zu rauchen äh, wer hat's mir verboten Gegenfrage warte, 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 warte gute Gegenfrage nein, warum nimmst du meinen warum machst du ihn nicht Hure nein oh oh, ich bin geslaut nein, Marc, sowas sagt man in den Videos nicht, du musst sagen Prostituierte ok, Prostituierte ok, Prostituierte jetzt mal ehrlich, nimmst du mir schon grad auf nö, nö, ich nehm grad nicht auf es wird jetzt ne neue geheime Aufnahmefolge oh nein natürlich nehmt der auf ja, und am Montag kommt mein Arbeitskollege wieder zu mir und meint so, ey, ey ich hab so ein Video von diesem TSFI-Tracks gesehen und auf einmal rennt da ein Kolbenbrecher durchs Bild du heißt nicht mehr Kolbenbrecher vergiss das nicht ja, ich weiß, ich muss es pissen ich kann mit diesem scheiß Grafikpack die Farben wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen, Marc? äh, Kolbenbrecher oder FP jetzt? FP Pisten Aten äh, Mitte, Achtung Klopapier war auf dem Tablet ja, na, Mu? ja, du bist... oh man, ey, du bist... guten Morgen, Marc gut geschlafen ja nehmt euch in Acht, der Twitch hat 17 Minion-Farm ich hab 20 oh mein... ich hab 26 ich hab 26 ich hab aber auch n' Grafikpack ja, ja, ja ja, und natürlich bist du ein... ein Mädchen das muss man natürlich auch berücksichtigen nein ah, hier ist ein Acht Soll ich's tun? Soll ich's lassen? Nein, lass ihn! Danke! Was? Lechte Reaktion. Ich lass mich nicht retten. Ah, ne Quatsch. Ah, da kommt die Lux. Hey, geh weg! Hau einfach ab, hau einfach ab. Ich mach das schon, ich lef das. Aha. Ja, klar. Nieder, dann müssen wir gleich. Oder dann passt das. Ah, die Stunty einfach, die kommen nicht unter den Tower. Ich komm nicht zum Farben, ich freue mich auch. Wo ist jetzt eigentlich unser Schadenhaft? Ich wach gerade auf der Tropfen. Der schlägt mir recht. Das wird super echt. Ich bin verdammt schrocken. MAAAN! Ganz los. Ja, ich bin ja weg. Ich hab so vermisst. MAAAAN! Lux hat hart ihre Ulti verfeuert und fehlt. Ich hab gerade übelst den Fail begangen, ey. Ich fang gleich an zu weinen. Ja, dringend! Hauptsache du hast es auf. WAAAAN! Stunin! Hab ich doch! Stunin mehr! Ja, Stunin mehr! Da steht ein scheiß Wort oben. Ja, scheiß auf der... Mark! Scheiß auf dem Wort, Alter! Lass mich raten, Mark! Den Blue bekomm ich eh nicht. War irgendwie klar. Das gibt eine Tüte von Tüts. 100 Gummipunkte, mein Freund. Ja. Kannst du mir sagen, wo ich dir einlösen kann? Einzulösen bei deinem Milliarde kriegst du eine Waschmaschine. Mach doch weiter und du hast dabei! Nein! Ich glaub wir haben eh... Oh Mann ey, die zerlegen uns unten zu dem Haus. Geh weg! Der vergifte dich doch! Der vergifte dich doch! Der gar nicht will nur spielen! Ja nicht ja und! Der will nur spielen! Der kann nicht mal! Alle Ratten! Klopapierrolle! Das hab ich am Hafen gelernt. Alle Ratten wollen nur spielen. Ich hab Ulti ab. Achso? Ja dann mach jetzt! Bin ich gut oder... Boah! Perfekt! Oh nein! Oh nein! Danke! Der Akku meiner Maus ist leer! Oh mein Gott! Ich bin so tot! Das ist ganz schlecht! Ja... Ich beruhig mich grad ein bisschen. Sonst schreie ich noch die Bude zusammen. Ich spiel grad wie so ein Bronze-Penis. Das heißt gerade! Dennis meint er wär lustig ey! Ja, meinte ich nicht nur. Also ich glaub ich lach mir. Also bitte! Chris, für dich solltest nicht lustig sein. Ich fang gleich an zu weinen. Hallo! Also Spaß ist natürlich in meinen Videos an höchster Priorität zu setzen. Oh ja! Aua! Spaß ist bei all meinen Roy Games höchste Priorität! Ja! Wir haben den Jungler auf der Bord! Mein Spaß-Level kitzelt grad die Decke! Der ist doch schon der im Busch, oder? Ja, ja! Alle da! Lass mal die Lux verprügeln! Mach ich doch so! Ich will doch mal mitmachen! Geh mir doch bitte auf die Eier! Da ist er! Hau mir nicht meinen Ruh! Kannst du gerne haben den Kitzel! Ich wollte nur mit drauf kommen! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja! Das erste Mal... Ach leck mich doch du scheiß Klopapierrolle, ey! Äh! Apoko, äh! Oben fehlen, ne? War ich sie getroffen? Nein! Alter, was geht denn mit denen ab? War nichts mehr! Es kann doch nicht deren Ernst sein! Alter! Die zerbursten uns unten sowieso! Na ja, ich komm gleich mal auf den linken! Geh weg! Geh weg! Ja, wie wohin denn noch? Mach die Minions weg! Mach die weg! Mach die Minions weg! Ich reg mich schon wieder auf! Mach mal! Ich schreie gleich nach Mama und sag die ärgern mich wieder im Internet! Mama, schütteln! Nein! Das sieht nach nem Doppelkill aus für mich! Aaaaah! Komm, komm, komm! Mach ihn! Mach beide! Was? Keine Ahnung, der hatte unter dem Lee생 gestanden, als ich Holti gemacht hat. Ach komm schon! Nein! Ich hab noch nicht mal einen Assist dafür bekommen. Der scheiß Lee생 hat uns vor der Ratte gesprungen. Kommt mir gleich noch rüber, der Affe wieder. Miss Fortune! Was? Was? Ja, jetzt ist er schon weggeportiert. Was? Habt ihr Spaß, Leute? Ne, jetzt helf ich dir nicht mehr, Mark. Ich weint aber. Irgendwie ist der Supporter scheiße, oder? Hallo, hallo, hallo. Ja, der hat gerade den Bid gekriegt. Ich hab mehr als Kicks als der Support, ja. Hallo, hallo, hallo. Oh, hier ist wieder die Geschenkbox. Okay. Ich hab genauso viele Kills wie mein ADC. Ah, den wollte ich nicht spielen. Oh fuck! Da ist da noch einer. No! Ach, gibt's das, oder was? Alter, wo ist denn mein Team? Wo ist denn mein Mittel und so? Ich bin als erstes gestorben und dein Supporter rennt weg von mir. Ach, jetzt da. Best Support, ich will hier. Mein Support bleibt immer noch da stehen. Das ist mein Mittel. Mitte. Chris? Ja? Alter, die waren ganz drin. Wow! Jetzt hat er es auch gemerkt. BIM! BIM 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 BIM! Also ich hab das Gefühl, ich bin nicht der Einzige, der betrunken ist. Ich bin auch immer noch leicht angefangen. Ich komm mal, bitte. Ich will was trinken. Unser Bart sieht, du bist doch immer voll bei euch. Gibt's doch schon viel Stück Weizen. Nein! So kannst du es auch nicht sagen. Ja, das ist möglich, ich kann nicht das so hart. Drei tägigen, vier tägigen besuchen. Hilfe, mach das weg! Erste, was es morgen heißt. Lass doch mal ein Spiel. Bock, der Weizen. Au. Ach du Scheiße. Boah, er leckt mich! Es sind Freakles, noch zu startig. Alter! Wo ist der denn hingeflogen? Wo ist der denn? Der ist bei mir gerade irgendwie von da nach da. Ja, er ist geflasht. Da, 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 hol sie dir. Komm, komm, komm! Ja, hol sie dir, wie denn? Alter, geh aus dem Weg. Ich will ja nicht sagen, dass Karma einen Movement Speed Buff hat. Aber. Und jetzt kommt das große Aber. Karma hat einen Movement Speed Buff. Ja, ich auch. Passiv. Ja, aber deiner ist nicht halb so schnell wie ihrer. Marc, kriege ich jetzt den Blue? Ja, hol dir. Mach ihn selber. Ist ja jemand zickig. Nee, ich geh grad Top-Lang. Ich hab keine Zeit für deinen toten Blue. Spielt die Lux wenigstens auf AD? Nee. Aber Lux mit Supporter-Item. Die wollt ja auch. Sofort. Wow, Chris. Wir haben die vierzehnte Minute gleich angeschlagen. Du bist immer noch Level 5. Ja, Mann. Was? Meiner. Geh weg. Ich hab meist erst in der Mitte. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Mir fehlt die Silke irgendwie. Hat den jemand gesehen. Keine Ahnung. Der ist mir grad unter'n Tower gefolgt. Der hat bestimmt keinen gesehen. Aha. Schenkelklopper. Oh, oh, oh. Wo rennst du denn? Das hab ich gesehen. Nein. Nein. Hopsa. In's Lieblingsspiel. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh, ho, ho. Du bist so ein Exer. Ich glaub, die Lux parken nicht mehr. Lachst bestimmt noch unsere Kinder in den Rollstuhl. Nein, ich schub sie nur raus. Der war jetzt gemeint. Und riechst am Sitz. Oh, ja. Anspucken und einfach knarre schweigen. Töte doch mal was. Die Top viel. Gut. Ein bisschen kriege ich. Ein bisschen kriege ich. Kann schon ein bisschen. Oh, da steht er ja noch. Was will der denn hier? Na endlich. Oh, da steht er ja noch. Na endlich. Hauptsache du kriegst den, obwohl er bei mir steht. Egal. Ich bin ja auch der Arte. Nächste Minute möchte ich mit seiner Ulti schön gerettet. Er hat mich aus der Tower Range gekeckt. Ja. Von alleine wäre ich da nie wieder rausgekommen. Christens Party. Er muss noch mehr. Ist da jemand's Party? Christen. Ach, na mit. Jetzt stirbt er gleich. Sowieso. Nein. Nein. What? What? Ah, hier ist ein Twitch. Ich hätte eigentlich die Kame um die Ecke kommen müssen und Bitch. Ah. Ja, der war eigentlich tot. Der ist anscheinend in der Mitte gelaufen. I say what, what? Irgendwann? Jetzt tut mir aber leid. Gott, ist der der nicht. Girl Tears. Best Tears. Aha. Ja, also mach mal mehr davon. Ich komm gleich nochmal top gegen die da. Boah, hab ich jetzt gerade ausgepackt, ey. Keine. Oh mein Gott, die haben mich so unfassbar lieb. Oh ja. Lux, kommt auch zu dir. Oh shit. Die wissen nicht, dass ich hier lang gegangen bin, oder? Also für Ripper oder so? Nein. Der weiß nicht, dass ich hier drin stehe. Komm her, Lise. Trau dich. Aber Twitch ist tot und Lise ist in der Mitte, also wir können. Ey, Chris, lass mal die Kamera verprügeln. Ja. Juhu. Wir sind die ersten in den Tower kriegen, oder? Oh fuck. Oh fuck. Warte, die Schatter ist safe von mir. Ey, Lux, kommt auch. Komm her, lass mal hier warten. Okay. Okay, wir sollten gleich wiederhelfen. Oh. Ah, die läuft woanders hin. Leider. Leider. Traut sich nicht. Ja. Oh, echt? Ja. Ja, nicht hin, nicht hin. Ja, kein Mensch kommt zu mir, oder was? Wir sind einfach. Komm her, die schnappen uns. Es ist egal, was passiert. Die Leute. Malle ist nur einmal im Jahr. Go! Ich hab keine Ahnung mehr. Ich bin mal weg. Oh, die Geister sind noch drin. Wer nicht greedy. Wer nicht greedy. Ach komm, ey, der war doch nicht immer mehr hinter hinten. Biiiamm! Der war nicht, der der. Ich pack's heute aus. Chris macht schon wieder einen auf Behinderung. Er spielt das nur. Werden das gerade gesagt. Meine Keime. Pfff. Hey, das ist ja, der Kuchen schmeckt lustig. Ich schlag ihn nicht an. Lass Kraftwagenfahrer. Ja, der war wohl zu kurz wahr. Zehn Euro, Junge. Hier, deine zehn Euro. Lief letztens im Fernsehen. War richtig schön. Ja. Ich hab Fleischwurst, ey. Aber ich glaub, ich geh mal Drake machen. Es war keiner von denen da, aber... Ich kann doch helfen. Was? Was? Das wird doch die Lux eigentlich auf der Codbro. Vielleicht nimmt die mal ihren Sportler Rollover. Hast du jetzt gerade gesagt, haben wir morgen Spaß? Ja, ich sag's noch morgen. Ich weiß noch nicht. Ich glaub, dass die dann streiten, was du... Lee Sin kommt mit, Lee Sin kommt mit. Oh, es ist nicht nur Lee Sin. Hey, Chris, wir haben nicht hilft. Wir haben nicht verdammten Liebler in der Mitte. Halt durch. Lass mal die Lux vermöbeln. Irgendeinem hab ich einen reingedrückt. Ja, der Karma. Vielleicht auch nicht Sin. Nee, nicht der Karma. Der hat nicht getroffen? Oh, oh. Der aber. Und was wurde denn jetzt noch gestimmt? Ach, egal. Überraschung! Machen wir mal den Turm, hä? Der liegt nur in der Debrimusik. Da, krass. Mach den meiner Playlist. Raus damit. Das turpt. Weiter geht's. Oh, ja. Botlane würde gerne gedefft werden. Hab ich so gut gehört. Ja, ich bin auf dem Weg. Wo ist mein Support? Der macht erstmal die Geister. Alles klar. Oh, das Lied ist gut. Lauter. Boah, mein Tower-Attack-Damage ist so fucking high. Boah, mein Tower-Attack-Damage ist so fucking high. Mach ihn! Bam! Weißt du, wo dran der Twitch grepiert ist? An meinem Jungle-Item. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Wer ist denn weg? Bis Click of Doom, ey. Wer ist weg? Vorsicht, geh weg! Oh, shit. Oh, Dennis lauft nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Nein, das ist das falsche rechts. Nein, das ist das falsche rechts. Das ist das richtige rechts. Das ist das richtige rechts. Da kommt die Sinzeuge hoch. Und ne Karma. Oh, mein Bisch. Ich will die Karma haben. Ja. Da ist sie. Ja. Hast du ne Ulti? Ne, ne? Zehn Sekunden erst. Ich hab mal ne Assi-Tastatur verriert, ey. Oh, ich hab ein Problem. Guck mal. Ja, ich lebe. Weg mit dem. Braucht keiner. So, ich muss den Kill abholen. Jetzt komm ich fortnehmen. Ja, das sind zwei Jungs. Oh, die sind jetzt gerade weg. Ne. Da sind sie. Ich bin auf dem Weg. Oh. Ich geh über den River. Hahaha. Der blubub ist gemobst. Wir kommen auch drauf, Leute, hinterher. Wenn sie sind, dann steht Mark da gleich alleine. Ja, lass mal doch. Der kann's doch. Okay. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Hast du ihn? Ja. Irgendwo da war er. Aber der läuft da wahrscheinlich übern bisschen raus. Wo zieht er sich zu mir? Er muss da langlaufen sein. Weil er's kann. Zieht sich nur zu dir, damit ich nicht mehr an den rankomme. Ist gemein. Da ist er. Ja. Ich geh durch den Jangle. Ne, schon wieder unsichtbar. Guck mal, da kommt ein Lee Sin. Mhm. Und ne Karma. Der beschäftigt die Mann, ne? Ich hab ein 8 Sekunden Ulti. Komm her, Lee Sin. Ja. 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 Ja, das ist in Ordnung. Die nächste Ulti geben wir für Lux auf. Ganz speziell. Rache ist los. Nein! 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 Das war immer definitiv die falsche richtung des sprungs Du brauchst eine KDU Digger Eine KDU und eine Klinge des Göttlichen Einfach drauf da Oh man Dieser eine Jump hat mich getötet Egal Wer hat den Shutdown bekommen? Oh Twitch Der, der es irgendwie am wenigsten nötig hat Karma Auf sie mit Gebrüll Ach nee Ja kriegst nicht mehr, ne? Dann halt die hier, komm her Ist Ole eigentlich noch nicht Nee, ist los Ach komm schon Guck mal rein, die sind alle hier Oh, was passiert hier mit mir? Komm, sterbe ich Boah, mach ich dem Schaden Der wird schwitsch Schwitsch hinter euch, Chris Ah, sieht der aus mit so einer Ulti, nicht schlecht Hab ich Der MF hat ja guten Lifestyle Äh, eigentlich war es mein Heel eigentlich Nein Nein Ich hab genau gesehen, dass das dein Lifestyle war Mhm Mhm Deswegen habe ich auch knapp 4 Minuten Abklingzeit auf meinen Einen Das will er denn hier Was will er denn hier? Seht mal kurz die Botte Ja, alles klar Hold it Warum macht unser Affe eigentlich nie mit? Hä? Willst du mich verarschen? Wie macht er mit? Im Sturz Das letzte Mal, wo ich mich gemacht habe, bin ich gestorben Ja, eben Jetzt ist er mit Kine und das Und du bist full life weggerannt Oh, mi 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 Ja, hallo Ich hab dir das 100 HP, das ist für Leona full life Ja, richtig klar Oh, Chris, ich komm dir entgegen Dennis, ich helfe dir mal Oh, oh Nein Oh, ein Bluboff Chris, ich komm dir doch nicht entgegen Hier steht ein Bluboff Hab's noch Hab's gut gebetet, ne? Ja, also super gemacht Bis gleich, bis gleich, bis gleich Ohj, 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 ohj Deswegen steht er auf dieser Adsit, die du nicht gekriegen hast Oh, 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 oh Wah, oh, 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 oh Hab ich aber Lüte gehabt, so Ja, aber wat? Musst die, oder was? Äh, jetzt geht die an Jetzt können die an Oh, komm schon Nein, das ist gut Ohhhh Aber ich kann auch herkommen, ich hab noch ne Ulti Ja, Leslie hat mich gesehen Ach, nicht? Lass'n komm, lass'n komm Komm, komm Und da fragt mich noch einer, warum ich nicht helfe. Immer wenn ich helfe, sperr ich. Krieg dir jetzt mal jemand bitte. Danke. Easy, easy, easy. Mit einer Hand in der Hose. Oh, ich muss da weg. Du musst da weg. Frag mich mal. Chris, du machst was. Ich glaub an dich. Ich hab Chris. Wir haben zwei. Wir sind beide hier. Ich kenn aber nur eins. Wir machen zwei. Oh, what the fuck war das denn? War ein anstütziger Witz bezogen auf sexuelle Aktivitäten, die vielleicht unbekannt sind. Aber ich dachte, ich wäre jetzt eingeweiht. Ich hab 3k Gold. Ich würd gern mal wieder einkaufen gehen. Und mit 3k Gold kannst du auch keine flachlegen. Doch, ich glaub schon. Wenn ihr die im Re-Love habt. Ja. Mit 3k kommt's auch nicht weit, ne? Lässigstraße. Macht ihr mal da, ne? Nein! Ich musste nur mal nach Polen. Ich brauch mehr AP. Ja, schön Dennis. Ich hau ab. Ja, das hast du ganz toll gemacht. Er dich nicht tun sollen. Ich brauch Kippen und Bier. Bis gleich. Ich bin mal auf dem Fluch des Lichts und schau was passiert. Triss, ich hole auf von den Kills her. Halt dich ran. Ich hole dich ein. Glaube ich nicht. Naja stimmt, du killst jetzt viel zu viel. Ich kann, oh oh fuck. Twitch macht Spot. Hau da ne Ulti rein Digga. Ich mach mal den Individetorn in der Zwischenzeit. Alter. Jetzt sag nochmal was. Ich hab den Individetorn gemacht. Boah, leck mich am Arsch. Lux ist leider knapp dick gekommen. Du bist hier. Du bist hier. Hehehehehe. Hehehehe. Hehehehehe. Griss, jetzt gritty werden. Boah. Boah. Klein-Leg. Du brauchst den Inhab nicht machen. Schnell. Du brauchst den Knobelchen, ne? Ja, aber er ist wichtiger. Gib mir Punkte. Heselt. Das ist. Report wie? Warum denn? Der war besser als der andere. Weil der als Kopf spielen wollte, aber dann als Kopf spielen wollte. Oh, wunderschön. Wunderschön. Ich verabschiede mich. Bin! Tschau. Shave it! Outro Outro Outro